Er verstand es so schön, von der unendlichen Gnade Gottes zu faseln, die verlotterten Arrestanten und entehrten Männer geistig zu erbauen. Die Messe Der dornige Pfad der Sünde Ihr vertrottelten Gnade Ist der Pfad des Kampfes mit dem Laster. Ihr seid verlorene Söhne. Richtet euren Blick nur weiter und höher in die himmlischen Fernen und ihr werdet sieben und Frieden wird sich in eure Seele senden. Ihr Laswurm Ich möchte mir ausbinden, dass dort hinten jemand schnaupt. Der ist kein Pferd und ist nicht in einem Stall, sondern im Tempel Gottes. Darauf mag ich euch aufmerksam, meine Lieblinge.